Oder kommen jetzt die ganzen deutschen Moralapostele, genau wie ich vor ein paar Tagen ein Video gemacht habe, ob es Sex im Paradies gibt. Übrigens, das Wort Sex ist im deutschen Sprachgebrauch, keine Fäkalsprache. Kein Kraftausdruck. Ja, da haben wir drüber geredet, da kommen die ganzen, wie, was, im Paradies? Ich will gar nicht wissen, was die hier alles fabrizieren. Und dann fangen sie an, im Paradies, das ist doch zu heilig. Alles dreht sich bei ihnen den ganzen Tag darum, aber wenn man redet vom Paradies, sei doch froh, dass das ein Paradies gibt, Alhamdulillah. Wie gesagt, das ist alles diese Heuchelei, ist das. Das ist die Heuchelei. Wir wollen hier so tun, als wenn, oh, ich bin ja so gegen Sex im Paradies, da ist ja sowas Schlimmes, also nein, das Paradies muss rein sein. Laber doch keinen, bitte, tut mir einen Gefallen.